Einmal im Jahr trifft sich die Elite der Fliesenleger zu einem Event der Extraklasse. Dem Codex Netzwerk-Event. Zwei Tage, die ein exklusives Programm für die ganze Familie versprechen. Auf geht's! Lasst euch von fesselnden Vorträgen inspirieren. Von Nachwuchsförderung im Fliesenlegerhandwerk, über künstliche Intelligenz als Booster für euer Unternehmen, bis hin zu praxisnahen Schadensfällen und den neuesten technischen Innovationen. Erlebt exklusive Einblicke in die Produktinnovationen von Codex. Geballtes Fachwissen, lebhafte Diskussionen und natürlich ganz viel Zeit zum Netzwerken. Über 20 ausgewählte Fachaussteller präsentieren alles, was ihr wissen wollt. Von aktuellen Fliesentrends über brandneue Werkzeuge bis hin zu innovativen Softwarelösungen. Jedes Jahr bringen wir Rechtsexperten auf die Bühne, die nicht nur eure Fragen beantworten, sondern auch polarisierende Themen aus dem Baurecht mitreißend und lebhaft erklären. Jedes Jahr endet das Tagungsprogramm mit einem spektakulären Höhepunkt. Wenn bekannte Persönlichkeiten wie Extremsportler oder Entertainer die Bühne betreten, erwarten euch einmalige Vorträge, die euch inspirieren und mitreißen werden. Auch die Begleitung kommt nicht zu kurz. Das spezielle Extra-Programm beinhaltet exklusive Workshops für Unternehmerfrauen, abwechslungsreiche Sporteinheiten, spannende Städteerkundungen, Ausflüge zu bekannten Sehenswürdigkeiten und eine Rundumbetreuung der Kleinsten mit jeder Menge Spiel und Spaß im Codex Kids Club. Und wenn es Nacht wird, wird es Zeit für die legendärste Party der Stadt. Immer in einer ganz besonderen Location mit den besten Partygästen. Heiße Beats, gute Drinks, fantastisches Essen und einfach geile Leute. Egal wo, egal wann, immer ein unvergessliches Erlebnis. Das Codex Netzwerkevent. Ja Mann!